so da der bastelzeit heute mal wieder was aus der netzwerke und zwar das thema vpn vpn steht für virtual private network und ist wie der name schon sagt ein virtuelles netzwerk was wir rein in software basteln können um das konzept zu verstehen denke ich gucken uns erstmal an wie so normaler datenverkehr abläuft gehen wir mal davon aus ihr seid hier oben dieser laptop das wäre euer system wo ihr gerade dran sitzt und ihr wollt etwas aufrufen was hier unten ist naja dann schickt ihr meistens eure anfrage an den entsprechenden router das heißt also zum beispiel eure box die im keller steht die schickt dann eine box beim provider die schickt an eine box beim ziel provider und irgendwann kommt das dann hier unten auf dem system an und genauso geht das dann auch wieder zurück wenn wir von einem idealen netzwerk sprechen ist das überhaupt kein problem das läuft so dann fehlerfrei und da wir https und so nutzen läuft das natürlich auch verschlüsselt das heißt die hier dazwischen die können nicht wirklich was sehen das einzige was die sehen können ist dass der laptop mit dem laptop kommuniziert nun ist es aber so dass wir halt nicht in dem ideal netzwerk sind das internet ist voller tolle dinge die vorn und hinten nicht funktionieren und da kann dann teilweise vpn ein wichtiges werkzeug sein um solche probleme zu umgehen ein solches problem könnte zum beispiel sein dass hier der überhaupt nicht direkt aus dem internet erreichbar ist es zum beispiel sehr häufig der fall wenn ihr mit diesem veralteten ip arbeitet im ipv4 da haben die laptops in eurem heimnetz zum beispiel gar keine richtige ip adresse das sind so ausgedachte adressen aus dem privaten bereich die kann man eigentlich gar nicht richtig ansprechen und dann gibt es irgendwelche notlösungen na zum beispiel die dann dafür sorgen dass ihr trotzdem irgendwie noch halbwegs mit dem internet kommunizieren könnt obwohl die eigentlich gar nicht im internet hängen das ist halt eine sache wo es probleme geben kann eine andere sache habt ihr unten zum beispiel drauf software laufen die gar keine verschlüsselung kann weil irgendwie tls noch nicht sinnvoll implementiert ist klassisches beispiel dafür sind zum beispiel die windows datei freigaben die sind da nur mäßig abgesichert und entsprechend möchte man die eventuell auch absichtlich nicht aus dem internet erreichbar machen und was in letzter zeit hat auch noch hinzu kommt das ist so eigentlich nicht die klassische verwendung von vpn aber das ist das umgehen sage ich mal von schutzmechanismen einige anbieter zum beispiel so video streaming anbieter die lassen zum beispiel nur zu dass ihr videos guckt wenn ihr in einem gewissen land seid und das ist theoretisch schwachsinn weil die können eh nicht wissen in welchem land ihr sitzt also ich sitze hier angeblich gerade in holland und das ist definitiv hier nicht holland wo ich sitze also es klappt vorne und hinten nicht da kann es eventuell auch hilfreich sein ein vpn zu verwenden warum zeige ich euch dann gleich denn was machen wir bei einem vpn naja bei einem vpn da haben wir noch ein drittes system involviert nämlich den sogenannten vpn server es muss eigentlich kein server sein aber in den meisten fällen haben wir da sowas was wir nun mit dem vpn machen ist wir bauen einen tunnel auf wir bauen also eine verbindung ganz normal auf zum beispiel von jedem laptop über den router über den router über den router und kommen dann hier hinten bei unserem vpn server raus und was dann zum beispiel möglich ist ist dass der hier das weiterleitet das heißt der stellt jetzt die anfrage an den router und hier hin an unsere zielseite was einen wichtigen unterschied hat und zwar für den hier sieht das so aus ob die anfrage von hier kommt und nicht von hier je nachdem wie man es einrichtet weiß der gar nicht dass hier überhaupt noch was existiert das kann man dann entweder nutzen wie schon gesagt um hier server zu holen der zum beispiel in was weiß ich in usa steht und dann sieht das für die zielseite so aus dass ihr in den usa sitzt auch wenn ihr das nicht tut eine alternative wäre der server könnte in einem internen netz stehen ist aus dem internet erreichbar wenn wir jetzt von hier aus weiter schicken kommen wir auch an alle anderen maschinen die im selben netzwerk sind das heißt ihr könnt kisten erreichen die eigentlich nur im laden sind aber nicht aus dem internet erreichbar sind in vielen fällen ist diese vpn verbindung dieser tunnel dazwischen auch verschlüsselt das heißt hier die die können nicht wirklich was sehen das einzige was sie sehen ist dass ihr mit dem vpn server kommuniziert aber die wissen nicht was jetzt das endgültige ziel ist und sie können auch nicht reingucken was in den datenpaketen drin ist ich selber benutze vpn an diversen stellen hauptsächlich für den fall interne netze das heißt also ich kann zum beispiel ein vpn aufbauen zu meinem arbeits pc der in der firma steht und kommt von da aus an die sachen die nur im internen firmennetzwerk sind halt für wartungen und so wenn was ausfällt dass man das schon mal so gucken kann was da los ist natürlich auch bei mir zu hause ich kann mich per vpn in mein heimnetzwerk einbinden und kann von da aus zum beispiel solche iot sachen haussteuerung machen das heißt von unterwegs kann ich dann gucken ist der herd jetzt wirklich aus was halt auch so eine sache ist die ich eventuell nicht frei aus dem internet erreichbar machen möchte denn die systeme gerade so isp 8266 und so mit verschlüsselung haben die das nicht so wirklich deswegen ist so ein vpn da eine gute lösung wenn wir von vpn reden da gibt es verschiedene möglichkeiten sowas zu machen die eigentlich standardisierteste ist ipsec das internet protocol security das ist ein teil von ip das heißt es ist eigentlich in den meisten sachen supported hat allerdings eine menge probleme hauptproblem von ipsec es ist extrem komplex und es kann teilweise nicht das was die meisten leute brauchen ein klassisches problem fällt bei ipsec sind zum beispiel dynamische ip-adressen wenn also eine gegenstelle nicht die ip-adresse hat sondern die sich regelmäßig ändert was leider bei vielen privatanschlüssen immer noch der fall ist da kommt ipsec gerne durcheinander da muss man sehr viel außenrum bauen was dann das wieder repariert relativ weit verbreitet war lange zeit an pptp das point to point tunneling protocol was wahrscheinlich daran lag dass es in windows eingebaut wurde möchte man heutzutage eigentlich nicht mehr nutzen das ist irgendwie so 98 kamen die ersten infos raus dass das eventuell nicht so eine gute idee ist und 2012 gab es dann so software da hat man das den traffic reingekippt und er kam mal unverschlüsselt nach kurzer zeit wieder raus deswegen geknackt bitte nicht mehr benutzen im open source bereich da gab es dann lange open vpn bzw das gibt es immer noch das ist eine open source software die läuft auf so ziemlich allen systemen also linux windows mac was auch immer ihr wollt es wird wahrscheinlich laufen auch mobil prinzipiell eine tolle sache denn der nutzt intern eigentlich so udp oder tcp das heißt also auch so was wie port forwarding bei den privatanschlüssen mit legacy ip ist da erst mal kein problem solange ihr irgendwie es schafft einen port zu eurem vpn server zu bekommen könnt ihr dann darüber alles sprechen und ein komplettes vpn aufbauen keine obskuren sachen dazwischen und dadurch relativ einfach einzurichten zumindest auf der netzwerkseite ein problem hat open vpn aber es ist nämlich komplett als software ausgeführt im user space es ist nicht sonderlich performant und ja das macht sich bei der geschwindigkeit doch sehr bemerkbar zweiter punkt die authentifizierung es gibt sehr viele möglichkeiten wie man sich da anmelden kann sehr viele verschlüsselungsschichten die übereinander gelegt wurden und überall kann man schrauben drehen ich meine mit einer passenden anleitung ist es nicht unbedingt schwer so ein vpn system aufzusetzen aber man muss sich schon mal ein bisschen mit beschäftigen wie das ist mit schlüsseln und zertifizierungsstellen und ja es ist nicht unbedingt das einfachste was es so gibt in letzter zeit kommt dabei immer mehr ein neues vpn zum vorschein nämlich das sogenannte wireguard protokoll das hat sich zum ziel gesetzt einfach einzurichten zu sein und dabei eine recht gute performance zu machen hat teilweise ein bisschen seltsame entscheidungen beispielsweise die verschlüsselung die läuft irgendwie mit elliptic curve cryptographie und cha-cha 20 was halt ein bisschen seltsam erst mal erscheint wenn man bedenkt dass aktuelle cpus halt dafür ausgelegt sind aes sehr performant zu machen aber für die meisten fälle ist hier das auch auf aktuellen cpus ausreichend schnell so dass man da keine wirklichen geschwindigkeitsnachteile dann in der realität merkt und wie gesagt ist es sehr einfach einzurichten und genau das wollen wir uns dann angucken was die installation angeht wenn euer betriebssystem irgendetwas aktuelles ist werdet ihr einen installer finden windows mac os linux android ios im prinzip könnt ihr überall das benutzen ich werde das jetzt hier mit einem kleinen server prinzip einrichten das heißt ein zentraler server wo die ganzen verbindungen von mir zusammen laufen da bietet es sich natürlich an auch wirklich einen server im internet zu verwenden also irgend so ein v server oder so was technisch ist es auch kein problem zum beispiel in raspberry pi bei euch zu hause hinzustellen müsst ihr natürlich gucken wie gesagt privat anschlüsse ist mit ip immer ein bisschen doof da muss man eventuell port forwarding da basteln aber wenn ihr schon mal so ein forwarding eingerichtet habt solltet ihr damit kein problem haben auch hier ist nur ein port den ihr da weiterleiten müsst ich habe mir gerade eine vm bei so einem cloud anbieter im internet geklickt und das ist in dem fall hier ein debian auf dem ich das ganze erst mal installiere also fangen wir erstmal an wir haben ja auf der webseite die passenden beschreibungen das heißt das sollte damit relativ flott funktionieren in dem fall schreiben wir hier rein dass er die unstable version benutzen soll einfach weil das sehr schnell immer noch in der entwicklung ist und man da nicht irgendwelche veralteten sachen haben möchte die bei debian ja eher häufig anzutreffen sind wird dafür gesorgt dass nur dieses wireguard aus dem unstable bereich kommt und was dafür benötigt wird der rest bleibt so wie debian das vorgesehen hat wenn wir jetzt unstable benutzen wollen müssen wir natürlich auch die listen dafür haben das heißt das gute alter abt update sorgt dafür dass wir die entsprechenden listen runterladen und danach können wir das ganze mit abt install auch installieren wie man sieht allzu viel wird da nicht installiert werden wirecard wireguard selber mit die tools dkms und was wir allerdings noch hier bei den recommended packages haben was ganz wichtig ist ist linux headers denn dieses dkms das ist der dynamic kernel module support teile von wireguard laufen nämlich als kernel modul wenn wir das einfach hier so installieren wie ich das mache naja dann passiert nicht wirklich viel und uns fehlen die nötigen kernel modul die kann dkms bauen allerdings muss dafür vorher diese linux headers installiert sein das heißt bevor ihr wireguard installiert am besten erst die kernel header installieren dann erkennt er automatisch da ist eine version die ist im moment aktuell für die baue ich das und dann habt ihr alles fertig und müsst nicht manuell dann noch sachen machen hier kann man es nämlich auch schön sehen building for 4 1905 das ist der kernel der aktuell war und danach steht skippt weil er eben die nötigen daten nicht gefunden hat also installieren wir vorher die linux headers in der variante amd 64 das gilt für alle 64 bit cpus was eigentlich heutzutage alles sein sollte es sei denn natürlich ihr seid irgendwie auf einem raspberry pi oder so dann braucht ihr natürlich die für die jeweilige cpu also zum beispiel ein arm im zweifelsfall könnt ihr mit uname minus a nachgucken was eure cpu da genau ist nach der installation könnte ich jetzt da mit dkms dem command line tool das per hand installieren ich bin prinzipiell aber ja eher faul deswegen habe ich das jetzt gerade einfach noch mal deinstalliert und installiert neu und hier sehen wir jetzt auch schon building dann wireguard ko hat er also gemacht und install complete das sieht deutlich besser aus was wir jetzt machen können ist über den quick start mal gucken da gibt es so eine schöne anleitung wie man das ganze einrichten kann fangen wir erstmal damit an uns keys zu generieren jedes system hat einen privaten schlüssel und einen öffentlichen schlüssel das ist das womit wir uns anmelden brauchen keine zertifikate keine passwörter keine benutzernamen einfach nur einen von diesen keys wie die generiert werden ist hier schön beschrieben wir setzen erstmal die you mask damit verhindern wir dass die dateien die wir jetzt anlegen irgendwie zufällig von anderen leuten auf demselben server gelesen werden können wenn es eurer eigener ist ist es nicht ganz so tragisch aber gut practice und so weiter dann sagen wir wg das ist der befehl womit alles im prinzip hier gemanagt wird dann gen key für generate key und die ausgabe schreiben wir in die datei priff key die wird jetzt hier in root gespeichert aber ist für mich hier okay im server ist eh nichts anderes drauf ansonsten eventuell unter verzeichnis anlegen das ist jetzt unser private key der sieht dann hier so aus wir sehen bis in base64 voodoo einfach eine gewisse ziffern folge die solltet ihr natürlich nicht im internet veröffentlichen zum beispiel in einem youtube video oder ähnlichem der wird gleich wieder gelöscht also keine angst kommt ihr nicht mit weiter das ist aber wie gesagt der private teil wir brauchen hier noch einen öffentlichen teil der wird nämlich weitergegeben an die anderen leute oder clients in dem fall hier die verbinden sollen dazu sagen wir wg pub key laden den private key und schreiben die ausgabe in die datei public key wenn wir jetzt gucken jetzt können wir auch den private key nochmal uns anschauen den public key das sind unterschiedliche die haben erstmal so rein optisch nichts miteinander zu tun aber die brauchen wir gleich das kann man auch in einem befehl machen der sieht dann hier so aus ist ein bisschen komplizierter aber im prinzip exakt dasselbe auf dem server zeige ich jetzt erstmal mit wg quick das ist so eine konfigurations datei basierte methode dazu gehen wir erstmal hin und machen eine neue datei per wim oder beliebten text editor in etc schräger wireguard und dann irgendein name zum beispiel in meinem fall server.conf da schreiben wir rein interface private key gleich da holen wir uns entsprechend das was wir da eben generiert haben diesen text den schreiben wir da da rein dann address da kommt die ip adresse hin die wir benutzen wollen hier für dieses system was wir gerade konfigurieren da nutze ich zum beispiel der 122 168 und dann sagen wir zum beispiel 123.1 schräger 24 so klassisches netz wo die letzte zahlenstelle bei diesem legacy ip genutzt wird und dann mache ich mit Komma noch eine ip adresse dabei also ipv6 zum beispiel diese hier das jetzt ein gebasteltes netz was am server dranhängt wenn ihr keine ipv6 verwenden wollt geht das natürlich auch aber da ich hier bei dem v server entsprechend ipv6 netz bekommen habe habe ich mir dieses b1 ba geschnappt und benutze das jetzt und was wir ebenfalls noch dabei machen sollten ist der listenport das ist ja die port nummer wo der server hört 51 820 das ist so ein standard den viele benutzen läuft über udp wenn ihr da port forwarding einrichten wollt ist dass das wo nach ihr sucht und damit haben wir die konfig datei auch fertig was wir jetzt machen können das ist wg minus quick dann ab weil wir wollen es ja anschalten und dann server denn unsere datei heißt ja server.conf daher kommt dann der name wenn wir das ausführen dann sehen wir jetzt im prinzip schon was der alles gemacht hat er hat erst den befehl ausgeführt ip link at server type wireguard er hat also eine neue virtuelle netzwerkkarte angelegt die nennt sich server und ist vom typ wireguard das nächste wg setconf das hat mit diesen keys zu tun und dahinter sehen wir die beiden ip address at das heißt er hat diesem interface server die ipv4 und ipv6 adresse die wir da angegeben haben hinzugefügt als letztes wird noch an der mtu gedreht das macht aber automatisch soll uns mal nicht stören und das können wir auch nachgucken IPL sehen wir haben neben unserer eta0 jetzt ein neues gerät mit namens server das scheint auch ab zu sein und mit ipa sehen wir hier sind ip adressen entsprechend drauf so wie das konfiguriert war was wir jetzt machen können ist dann auch wg eintippen das hatten wir eben ja schon gemacht um die keys zu generieren wenn wir das ohne irgendeinen parameter nutzen dann kommt hier so eine interface übersicht seite da sehen wir es gibt ein interface mit dem namen server unser public key ist folgender der private key wird nicht angezeigt und wir hören auf dem port 5 1 8 2 0 so wie konfiguriert im moment steht da noch nicht mehr das liegt darin dass wir noch keine clients haben das können wir aber natürlich ändern da müssen wir dann uns erstmal einen suchen und zwar gehe ich jetzt mal hin und gehe von dem server hier weg und gehe stattdessen auf meinen linux client hier und mit dem möchte ich dann jetzt zu dem server verbinden mein laptop ist dabei ein arch linux auch dafür gibt es natürlich hier entsprechend was fertiges und zwar können wir per pacman einfach installieren wireguard tools und wireguard arch tools das ist dieses wg wird dieser wg befehl und wireguard arch das ist das kernel modul für den offiziellen arch kernel wenn ihr einen anderen nutzt zum beispiel ein lts gibt es die auch fertig ansonsten gibt es auch eine variante mit dkms dauert dann ein bisschen länger ich installiere die hier einmal kurz dauert nicht lange das sind irgendwie so 320 kilobyte das ist nicht wirklich viel was da dahinter steht und danach sind wir hier mit der installation schon fertig und können damit anfangen den client einzurichten gucken wir mal wg keine ausgabe ist ja noch nichts konfiguriert passt auch hier fangen wir erstmal damit an den key zu generieren also umask 077 dann den wg gen key in privkey oder private dann wg pubkey so dass wir auch den haben und wenn wir jetzt hier gucken jetzt haben wir entsprechend bei dateien hier und entsprechend auch die beiden keys die wir haben wollten wir nehmen dann diesmal den public key und gehen mit dem rüber zum server da öffnen wir die konfigurations datei von eben und machen einen neuen abschnitt dabei mit dem namen peer also gegenstelle hier sagen wir dann public key gleich und fügen den key von unserem client ein dann weiß der schon mal wer das ist und was wir ebenfalls dabei machen ist allowed ips hier geben wir an welche daten oder welche netze darüber erreichbar sind in meinem fall möchte ich vom server nur den client erreichen der rest soll bitte nicht über das vpn laufen daher gehe ich jetzt hin und vergebe dem einfach manuell eine ip also 122 168 123 und dann sagen wir hier das ist jetzt mal die 10 und dasselbe natürlich für ipv6 da nehmen wir dann auch dasselbe mit 10 so das speichern wir und da habe ich natürlich gerade blödsinn gemacht subnetze müssen wir nicht angeben wir wollen ja nur diese eine ip routen so ist das natürlich sinnvoller das speichern wir dann sagen einmal wg quick down server und up server jetzt lädt er die neue konfiguration rein und wenn wir mit wg gucken haben wir jetzt auch hier den einen peer drin stehen es gibt theoretisch auch eine möglichkeit das im betrieb neu zu laden aber die habe ich noch nicht so wirklich hinbekommen so wir gehen wieder auf unseren client und machen auch hier uns eine konfig datei etc wireguard und dann nennen wir die zum beispiel biba test.conf und hier sieht das fast so ähnlich aus wie auf dem server wir fangen erstmal an mit interface machen auch hier unseren private key sagen address und geben unsere ip adressen ein die wir hier benutzen wollen ich kopiere die mal einfach gerade von hier drüben rüber geben allerdings die richtigen subnetze an denn wir wollen ja alles darüber erreichen was man ebenfalls angeben könnte wäre dns wenn ihr einen eigenen dns server da über den vpn tunnel nutzen wollt was ich jetzt aber nur rein mache ist nur den peer da holen wir erstmal den public key vom server den sehen wir hier ja schon der wird ja auch bei wg hier oben mit ausgegeben dann machen wir ebenfalls hier wieder laut ips und hier gebe ich was anderes ein nämlich 0.0.0.0 schräger 0 und das sagt dem ding hier bitte den kompletten internet traffic über den tunnel selbes für ipv6 doppelpunkt doppelpunkt schräger 0 auch alles was ipv6 ist bitte über den vpn tunnel schicken und die gegenseite kümmert sich dann da drum eins fehlt noch denn wir wissen jetzt zwar wer wohin verbinden darf aber ein wichtiger punkt fehlt noch ja wohin eigentlich wir können beim server schlecht sagen verbinde dich mal zum client weil die meistens halt unterwegs sind verschiedene ip adressen und so haben also müssen wir beim client hier hingehen und sagen wo ist denn der server so dass der die verbindung erst mal aufbaut der konfigurationsbefehl dafür heißt dann endpoint da gehen wir dann ein entweder die ip adresse oder den dns namen vom server wenn ihr mit ip adressen arbeitet dann gebt am besten die ipv4 adresse ein gerade wenn ihr irgendwie mit dem laptop mobil unterwegs seid es gibt ja zum beispiel noch viele handynetze die gar kein ipv6 können deswegen ipv4 hier wahrscheinlich die bessere wahl und am ende doppelpunkt und die portnummer 51 820 hatten wir ja gesagt damit haben wir das auch bei dns wird standardmäßig eigentlich immer ipv4 verwendet von wireguard einfach weil ihr sogenanntes roaming habt das heißt wenn ihr zum beispiel zu hause im wlan seid habt das vpn offen und ihr trennt euch jetzt vom wlan und verbindet euch mit dem mobilfunknetz dann laufen die verbindungen einfach weiter der sucht sich einfach die passende verbindung schickt darüber die daten und euer vpn tunnel bricht da nicht ab eine sache sollten wir dann aber auch noch machen wenn es darum geht dass es etwas nicht abbrechen soll denn ja der vpn tunnel ist dafür gebaut dass er nur dann daten schickt wenn auch daten darüber übertragen werden ist generell natürlich eine schöne sparsame sache aber leider bringt das einige von diesen plastik routern aus dem tritt gerade wenn die natt machen und so das gibt schluck auf deswegen eine zusätzliche option persistent keep alive das heißt alle x sekunden schickt ihr einfach mal ein paket auch wenn er es nicht müsste der router merkt ahja ok die verbindung wird noch benötigt und vergisst dann die nicht und es gibt weniger stress ich persönlich arbeite mit 25 sekunden hatte ich bisher relativ wenig probleme und es ist jetzt nicht so viel traffic zum aktivieren können wir hier wg quick ab biebertest sagen wir sehen die ganzen befehle die hier passieren haben ein paar fehlermeldungen keine ahnung was das soll aber generell sollte es eigentlich klappen er hat jetzt auch die routen gesetzt wir können hier auch sehen er hat ip adressen erhalten ipv4 eine ipv6 adresse das ist also alles in ordnung und wir können jetzt auch hier uns selber natürlich pingen auf der 10 aber auch die 1 was ja unser server ist und das läuft jetzt über den tunnel und das können wir auch gut am server sehen wenn wir wg eingeben dann sehen wir jetzt hier dieser peer den wir eben hatten der ist jetzt verbunden wir sehen die ip adresse von wo aus wir verbinden wir sehen die er laut ips wir sehen wann der letzte handshake war also die letzte verbindung vor elf sekunden und darunter sehen wir den traffic der da entsprechend hin und her geht und das ist jetzt in dem fall unser ping also alles gut wir können jetzt ja auch ins internet bringen oder wollen wir einfach hier google und nix na ja klar das ist halt ipv4 ipv4 ist ein bisschen doof weil wir haben nur eine öffentliche ipv4 adresse das heißt auch wir müssen dann NAT machen wenn wir das wirklich als internet gateway verwenden wollen um das zu benutzen gucken wir in vim etc sysctld und oder sysctl conf ist es eher da gibt es meistens schon was fertiges nämlich ein forward ipv4 das müssen wir einmal rein machen dann wird das entsprechend gesetzt und er erlaubt auch das forwarding schon mal selbes können wir auch schon mal für ipv6 vorbereiten dann haben wir das schon mal drin ist im prinzip dasselbe was ihr mit jedem linux router auch macht gibt es tausende tutorials und die werden eigentlich erst beim nächsten neustart aktiv wenn man es direkt haben möchte sysctl minus w und dann die zeile einmal rein machen dann wird das direkt gesetzt so der server hier weiß jetzt also dass er bitte forwarden soll also wenn da was reinkommt über vpn zum beispiel soll er das bitte ans richtige interface weiterleiten zum beispiel in richtung internet was man ebenfalls noch machen müssen ist NAT für IPv4 dafür sagen wir IP tables minus kleines t NAT minus großes a für add oder append post routing und was wir machen wollen ist alles was von server kommt das heißt ich hole erstmal alles was von der source 12216823.0 kommt und auf eth0 raus möchte das bitte auf masquerade es ist nicht ideal eigentlich wollt ihr source nut glaube ich war es benutzen auf so einem server aber das ist halt einfacher einzurichten zumindest wenn man es richtig schreibt natürlich so das sieht jetzt besser aus jetzt geht der server halt hin und wenn er Dinge ins internet weiterleitet ändert der die absenderadresse so dass das wieder am server kommt das ist so ein bisschen magie wenn wir jetzt hier gucken hey wir können pingen also offensichtlich können wir jetzt auch das internet erreichen gucken wir auch direkt mal wget minus o auf ifconfig.me zum beispiel das ist so eine seite die einem die eigene ip adresse anzeigt wenn wir hier gucken dann haben wir jetzt die ip 88998787 und das ist die von meinem virtuellen server da das heißt also wenn wir jetzt ins internet gehen sehen die seiten die wir ansurfen nur noch die ip vom server und nicht mehr die von dem laptop von dem ich hier arbeite das ganze geht natürlich auch mit ipv6 haben wir ja auch jetzt eingeschaltet das geht direkt da brauche kein nut der server weiß direkt was wohin gehört und entsprechend kann ich hier fleißig mit ipv6 auch in die gegend pingeln auch mit trace path können wir uns das nochmal angucken wenn ich zum beispiel auf meine webseite gehe dann sehen wir das erst mal geht das hier auf die bbar 1 also unseren vpn server von da aus irgendwie über cloud hosts und so weiter bis zu meinem eigenen webserver wo meine webseite liegt so das war jetzt eine variante mit der konsole es gibt noch eine grafische variante dafür braucht ihr network manager minus wire guard unter archlinux ist das im aur drin als network manager wire guard git und damit können wir das ganze über die grafische oberfläche machen die ist hier unten in meinem fall da können wir einfach reingehen edit connections sagen dann hier add a new connection typ vpn wire guard und gehen dann auf create dauert einen kleinen moment jetzt können wir oben ein connection name vergeben zum beispiel also wieder bbar test oder bb test und hier können wir im prinzip die ganzen sachen die wir in der konflikt datei hatten in der grafischen oberfläche eintragen also unsere ipv4 adresse unsere ipv6 adresse die wir haben wollen die dns server wenn wir das benutzen wollen den private key natürlich und irgendwo da unten haben wir auch unser peer da kommt dann der public key rein allowed ips endpoint also im prinzip exakt dasselbe was auch in der konfig drin ist nur halt jetzt in clicky bunty welchen vorteil hat das außer dass es clicky und bunty ist na das zeige ich euch jetzt wenn wir das nämlich jetzt speichern dann haben wir zwei tolle sachen die wir machen können das erste ist wir können relativ einfach dahin verbinden ohne die konsole zu bemühen wir können nämlich einfach unten draufklicken vpn connections bb test anklicken das sieht dann hier so aus unten kommt dann erst so ein bisschen geschwurbel und dann haben wir hier so ein schloss bei dem wlan symbol mit dabei und jetzt ist unser vpn hergestellt wir können es mit wg ganz normal auch uns anzeigen lassen sind jetzt hier verbunden und jetzt geht auch unser ganzer traffic da drüber und das zweite wir können zum beispiel hingehen und ein wlan bearbeiten womit wir es schon verbunden sind oder was wir eingerichtet haben und können unter general gehen hier gibt es den haken automatically connect to a vpn da können wir das auswählen das heißt jedes mal zum beispiel in dem fall wenn ich mich mit freifunk mück verbinden würde mit dem wlan verbindet der auch automatisch das vpn fehlt noch ein windows für windows gibt es entsprechend hier auch downloads die 64 bit variante für alle modernen systeme ab windows 7 wobei windows 7 ja eigentlich nicht mehr benutzen solltet das auch ein fertiger installer msi datei also sollte sehr einfach zu machen sein für die händische installation next 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 und da es microsoft installer ist geht es auch relativ einfach das automatisiert auf rechnern zu deployen nach der installation bekommt man dann hier eine schöne gui man kann es auch über powershell benutzen mit den bekannten befehlen aber das hier ist denke ich für die meisten einfacher hier gibt es dann zwei möglichkeiten die man machen kann man kann einmal hier unten add tunnel sagen damit kann man eine bestehende konfiguration die man schon woanders hergestellt hat einfach importieren alternativ und für uns wichtiger auf den teil klicken und dann add empty tunnel wie wir sehen wir bekommen hier automatisch schon ein public key und einen private key generiert das macht er schon müssen wir noch hier namen vergeben und natürlich den rest der konfiguration dafür ist es aber denke ich am einfachsten den server wahl fertig zu machen für die konfiguration auf der server seite brauchen wir den public key den kopieren wir uns und gehen dann einmal rüber das sieht so aus dass wir einfach einen neuen abschnitt machen der wieder peer heißt und im prinzip wiederholt sich das was wir eben hatten nur dass wir natürlich die ip adressen hier anpassen müssen um die konfiguration zu übernehmen mache ich meistens ein down und ein up es gibt auch möglichkeiten über strip heißt das neue peers im betrieb hinzuzufügen ohne dass es da entsprechend zu ausfällen kommt ist in der hilfe beschrieben bei meiner anzahl an verbindungen ist das überschaubar da lasse ich das hier so wenn wir jetzt mit wg gucken sehen wir haben jetzt entsprechend auch zwei ps hier drin stehen heißt wir müssen nur noch windows verbinden dazu müssen wir hier die konfiguration aber noch fertig stellen und am einfachsten geht das indem wir die konfiguration die wir eben schon hatten einfach rüber kopieren und dann nur noch die ip's hier passend ändern sagt 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 rest stimmt public key und so bleibt ja gleich können jetzt hier einmal safe machen block an tunnel traffic können wir anlassen und jetzt können wir hier reingehen können einmal activate sagen und wir sehen jetzt hier er sagt active und auch auf dem server sieht so aus dass jetzt hier beide clients aktiv sind 18 sekunden die ip 11 das ist unsere windows kiste also auch die ist jetzt im vpn wenn wir für android das ganze benutzen wollen dann ist es meistens einfacher auf einem linux system also zum beispiel im server hier das ganze vorzubereiten und dann nur noch die konfiguration zu importieren auf dem mobilgerät also fangen wir auch hier wieder an wg gen key in android.prev und dann holen wir natürlich noch den public key dazu android.pub als nächstes müssen wir uns noch eine konfigurieren android.conf und ich kopiere hier einfach mal eine andere rein ersetze gerade die keys das geht dann schon mal deutlich einfacher natürlich auch die ip adresse entsprechend anpassen und der rest kann eigentlich bleiben das war es schon das können wir jetzt speichern und die müssen wir irgendwie auf das android gerät rüber bekommen das geht am einfachsten mit dem qr code dafür können wir entweder qr encode benutzen der macht das hier in ein png file zum beispiel ist auch ein bisschen nervig muss man erst das bild runterladen und äh und da muss ich gerade korrigieren es geht doch man muss lediglich einen parameter dabei machen der befehl heißt dann am ende cut android.conf pipe zeichen und dann qr encode minus t ansi 256 muss man eventuell ein bisschen weiter raus scrollen aber dann bekommt man den qr code direkt in der text konsole und den kann man dann mit seinem handy abscannen was wir natürlich auch noch machen müssen ist die server konfig zu ändern dazu öffnen wir einfach wieder die machen neuen peer dazu und sagen hier public key das was wir gerade generiert haben die er laut ips entsprechend setzen das ist halt einfach ein zusätzlicher abschnitt danach einmal down einmal up und jetzt können wir auch das mobiltelefon einrichten auf dem mobiltelefon brauchen wir natürlich erstmal die wireguard app die lässt sich hier zum beispiel in fdroid finden ansonsten natürlich auch im google play store wenn euch das lieber ist wenn ihr die startet müsstet ihr erst mal einen leeren eintrag haben klicken wir hier unten auf das plus und hier gibt es ein create from qr code das wählen wir aus nehmen uns einmal den qr code jetzt fragt er nur noch nach dem tunnel namen den geben wir ein über test create tunnel und jetzt steht er hier entsprechend mit drin das einzige was wir machen müssen um eine vpn verbindung herzustellen ist einmal hier drauf klicken sodass das der schieber dann verschoben wird eventuell fragt er nochmal ob ihr wirklich vpn benutzen wollt bei mir ist jetzt hier an und wir sehen hier oben in der ecke da ist jetzt so eine so ein schlüssel hier oben das heißt wir sehen jetzt per vpn verbunden können wir auch testen wenn wir hier nämlich zum beispiel so eine if config seite aufrufen dann sehen wir jetzt hier eine ip die 195 irgendwas das ist die von meinem server den ich gerade benutzt habe wenn wir das vpn wieder ausschalten und ich die neu lade und jetzt sehen wir 91 das heißt jetzt haben wir wieder eine telekom ip also auch so können wir dann mit unserem wunderschönen vpn hier auf dem handy arbeiten und somit auch vom handy zum beispiel auf endlich internen ressourcen in eurem lokalen netz zugreifen können wir auch schön sehen wenn wir hier wg eintippen dann sehen wir hier dass jetzt dieser bt irgendwas verbunden ist wir sehen da drunten in der letzten zeile da geht auch traffic drüber so ich denke ihr habt gesehen sowohl mit linux mit windows als auch mit android ist das relativ einfach ich gehe mal sehr stark davon aus mit den anderen betriebssystemen die supported sind sollte das auch kein großer akt sein wie gesagt die software ist extra geschrieben worden um die einrichtung überschaubar zu halten auch sonst ich nutze wireguard inzwischen in diversen projekten und hatte bisher keine probleme ja der entwickler sagt definitiv hier das ist im moment alles noch in der entwicklung und es man sollte es nicht als stabil betrachten das heißt da kann es immer zu problemen kommen gegebenenfalls auch sicherheitsprobleme sollte man im hinterkopf behalten also jetzt vielleicht nicht alles drauf aufbauen lassen aber bisher sieht es relativ zuverlässig aus also auf jeden fall für meine zwecke ganz okay somit ist wireguard also eine relativ einfache und schnelle sache um ein vpn aufzubauen vpns wie gesagt ein relativ praktisches werkzeug im netzwerksektor allerdings darf man sich da auch nichts falsches darunter vorstellen es ist im prinzip einfach nur eine art virtuelles netzwerk kabel womit dann eure daten quasi woanders erst ins internet fallen aber es sind genau dieselben daten das heißt wenn da also mal wieder ein anbieter kommt und der erzählt euch nutzt unser vpn dann ist das für euch sicherer eher nein vpn hat so erstmal nicht wirklich was mit sicherheit in dem sinne zu tun es sind dieselben daten die rausgehen also das muss man schon sehr spezielle punkte haben wie zum beispiel dieses geolog umgehen für sicherheit ist das nur mäßig hilfreich da gibt es nur wenig anwendungsfälle und wenn die auf euch zutreffen dann wisst ihr auch warum nichtsdestotrotz wie gesagt die gründe gibt es durchaus wie zum beispiel eben auf die heimische haussteuerung draufgehen ohne die ins internet zu hängen das ist halt mein haupt anwendungszweck und da tut wireguard definitiv was es soll